Jo Leute, was geht ab? Bloß wieder am Start und herzlich willkommen zu einer neuen Runde League of Legends. So, ich muss mein Tier, zack, epp, einkaufen. Ich rede sofort weiter. Uno momento, Senor. So, jetzt bin ich wieder da. Oh Gott, was habe ich denn jetzt für einen komischen... Was habe ich denn jetzt gerade für eine komische Maus gehabt? So, ist besser. So, ich spiele mit Annie in der Mitte. Und, zack. Ich muss gucken, ob alles auf Schnellzauber ist. Okay. Mit Annie mache ich immer alles auf Smartcast. Das geht meiner Meinung nach um einiges besser. So, gegen wen spiele ich? Ich spiele gegen Diana. Die haben gegen uns einen Jungle Yi mit TP. Also, die haben drei TP's am Start. Ähm... Guck mal, unten geht es schon zur Sache. Oh, das ist nicht so gut. Also, kein Problem. Kein Problem. Genau. Wollen die den Red machen oder what? Ich werde auf jeden Fall erstmal, ähm, schön lastet. Und das geht mit dem Q hier ganz gut. Ähm, wenn ich damit, ähm... Wenn der Treffer tödlich ist, wird das Mana, das dafür verbraucht wurde und die Hälfte der Abklingzeit zurückgegeben. Das heißt, ich mache ein Lastet und kriege mein Mana wieder und, ähm... Die Abklingzeit geht zurück. Falls jemand von euch Annie noch nicht gespielt hat. Ich denke mal, die Diana wird direkt lospushen. Ja, klappt ja schon mal gut. Oh ja, die pusht so aus wie Sorgen. Okay, ich muss einfach jetzt immer die ganze Zeit so ein bisschen gegenpushen. Ist wichtig. Oh. Das sollte nicht sein. Das klappt nicht so ganz so gut mit meinem Q hier. So. Dann habe ich jetzt... Das ist mein B auch. Ist mal nicht schlecht. So. Erstmal in Ruhe ein bisschen fahren. Okay. Die lässt sich wilde nicht schlagen. Das ist für mich eigentlich schade. Zack. Nocturne ist noch im Jungle am chillen. Der Gute. Hoppla. Oh, das ist nicht gut. Klasse. Läuft... Läuft gut. Ich verkacki die Lastets und meine Leute... ...verkacken die Lanes. Zack. Wurde hingerichtet von dem Red Buff oder was? Aber er hat den irgendwie noch gemacht. Komisch. Ging die an, habe ich auch schon ewig in mir gespielt. Vielleicht schon lange her. Kann ich auch einfach nichts machen. Oh, da habe ich zwei nicht bekommen, Alter. Ich weiß nicht, ob der Noctur mal kommen will. Ich habe natürlich jetzt kein Stun-Ready. Ich hoffe, dass der keinen Flash hat. Das war doof. Ich konnte mich dann nicht wahrscheinlich vorbereiten. Sei kein Angsthase. Okay. Leider geht's. Zack. Den Lastets war auch weg. Ich weiß gar nicht, wie es steht, den Lastets. 37. Die ist klar vorne. Gut, ich habe die Wave jetzt auch noch hier, aber... Trotzdem. Trotzdem. Ui. Zack. Oh, ich habe Tibbas. Das ist gut. Okay. Das sollte eigentlich ein bisschen besser klappen. Ich spiele so richtig nur durch die Endy. Ich wollte die Wave-Clean, sage ich jetzt einfach mal. Das Ausrede. So, ich wollte die Wave-Clean. Zack, zack. Zwei Dingsbums und ein Ward. So machen wir es. Oh, die kledet ja auch sauber raus. Geil, dass ich jetzt schon... Ähm... Den... Übergroßen Stab habe. Nein, den wollte ich noch haben, den Lastet eigentlich. Ups. Hm, wo sind es denn hier? Das ist eine gute Frage. Ich ward mal hier den... Den Brush. Weil ich es kann? Ja. Das war nicht so gut. Scheiße. So, wie steht es? 52 zu 58. Das geht wieder eigentlich von den Lastets. Die kann mich jetzt natürlich immer ganz schnell töten, wenn sie Bock hat. Natürlich nicht so schön. Okay. Wo ist die Gute? Da ist die Gute. Da ist die Gute. Der hat mich jetzt natürlich nicht so weit gegen mich rausgetraut. Oh, das war auch richtig unglücklich. Oh, ne, da ist sie wieder. Hepp. Ich sehe die ganze Zeit so eine Lastet-Action. Oh, das war schlecht. Ich habe mein Stun ab. Ich glaube, ich haue gleich einfach mal wieder Tibbers aufziehen. Oh, gut. Dies ist gut. Bleib nicht zurück. Der ist ja auch. Ich will hier einfach mal ein bisschen Wave-Clear reinhauen. Oh, krass. Schlecht. Ich glaube, ich hätte gestern nicht so viel... Oder ich sollte nicht nach dem rausgehen hier... ...Gov-Legend-Spiel nicht mehr richtig, wie meine... ...Skills richtig krass laggen. Jawohl, der war auch gut. Gut. So. Dann holen wir uns doch mal das hier. Guts werden eh überwertet. Und ein paar Headspots. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht so viele... ...Dings verpasse. Na doch, ein paar werde ich auf jeden Fall verpassen. Wenn ich sogar die ganze Wave... ...Ja. Oh, oh. Das ist nicht gut. Hast du meine Erste da zu sehen? Okay. Das wird eigentlich sehr gut. Die Hand hat auch einen TP, ne? Richtig. I am very bad today, sagt die Caitlyn. Sowas möchte ich nicht hören. Oh, passt mal nicht so gut. Oh, ich hätte den noch kriegen können. Nicht gerade. Den Lasted. Okay. So, da packen wir mal den Vision Board rein. Guck mal. Sei kein Angsthase. Das war doch relativ gut. Ich habe gar nicht gedacht, ich muss erst mal ihren Not hier zerstellen. Nein, ich hätte die, glaube ich, töten können. Verdammt. Hätte ich mal alles draufbekommen. Ah, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich, Freunde. Hätte ich da wirklich alles draufbekommen, dann hätte ich die, glaube ich, sogar killen können. Hätte, wäre, wenn. Bringt jetzt alles nichts. Hat nicht geklappt. Ich habe den Maokai auch... ...ein Heap bekommen, dass er da oben das S war. Ich weiß auch nicht, ob das kommuniziert wurde. Bin mir da nicht sicher. Steht auf jeden Fall 3-5 gegen uns. Die Diana steht jetzt 1-0-0 und hat ihr... Ihr Höllenzepter schon. Natürlich nice, finde ich, Diana. Absolutes Core-Item. Die Botlane scheint auch ein bisschen abzukacken. Okay, das war gut. Nice. 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 Das war gut Das war sehr gut sogar Die Bauern müssen wir auch einreißen Okay, ich bleib mit dir Jetzt haben sie natürlich unseren auch eingerissen, das ist natürlich nicht so schön Aber okay Keine Mana mehr für einen Kuh Okay Ich muss noch ein bisschen Gold bleiben Dann kann ich mir die Death Cup holen Oh, auch das Gold Ich brauche 1400 für meine Death Cap Deswegen mach ich jetzt mal eine Wave weg hier Die Diana mit Blue ist natürlich jetzt auch nicht so geil Da kann man schon mal ein bisschen Spekt haben Oh Nicht gereicht Ach, mein Mana ist schon wieder aller Sehst Ich bin so ein Noob, Alter Ach, mein Mana ist alle Oh Scheiße Das ist schlecht So, jetzt habe ich Todeshaube Hast du meinen Bernd Tibbers gesehen? Ja, ich habe deinen Bernd Tibbers gesehen Nicht Dammtags Fragt die mich aber immer wieder Und Death Cap ist für Annie natürlich ein ganz netter Push als Burst Champion 113 CS habe ich Das ist ganz okay Ich ziehe die Diana 135 ist natürlich besser Ups Oh ja, den habe ich auch noch gekriegt Schön Ich habe dich dann Oh, guck mal der Yi Ja Das war nicht so gut Da wurde ich Mal schön alleine gelassen Das war verdammt nicht gut Oh Gott Ah, okay Kann man natürlich sauber Ganz sauber um die Ecke Böse Sehr böse Nein, sieht nicht gut aus 0, 2, 1 stehe ich Zag, nah Macht sich ganz gut, glaube ich Aber okay Müssen wir mit leben Ich kann nicht da unten was Machen Sei kein Angsthase Ich muss da auf jeden Fall hin Der Maukei kommt aus Der Maukei kommt von hinten jetzt Oh Gott Der könnte mich überhaupt wegknallen Ich gehe auf die Bot Lane Oder Wie mache ich es Ja, ich muss Bot Lane Der ist jetzt gestorben von den Gegnern einer Oh ja, der Yi ist von denen gestorben Das ist gut Das ist gut, Freunde Das ist gut Die Diana steht ganz gut da 3, 0, 1 Die wird richtig böse Hast du meinen Beantibas gesehen? So Oh, den Nocturin Den stelle ich mal auf stumm hier Der wird mir Der wird mir dann so ein bisschen zu frech Gucken, ob wir es kriegen können Dann habe ich ab Oh ja Klasse Das war ja super hier Dass Janna mir die Old Version versaut hat Die standen schön alle auf einen Punkt Und Janna haut sie weg Also Mehr Fail geht nicht Oh Mann Krass Ja, was soll ich sagen Nein, wir geben nicht auf Auf gar keinen Fall Surrendern kommt für mich nicht in Frage Ich kaufe mir nur so ein Pink Ward Da Da Oh ja Oh ja Jetzt geht das Reflame los Reflame des Todes Sauber Finde ich ja mal cool Nicht Zack Ups Das ist in anderen Games auch echt besser Also ich spiele jetzt auch Smite Und ich spiele ja schon länger Smite Und Da muss ich echt sagen Das ist nicht so krass Aber mein Tipp für alle Einfach Den Chat ausschalten Und das Spiel genießen Das ist Ich glaube ich ein gutes Allheilmittel Sei kein Angsthase Oh guck mal So wenn es jetzt so langsam an so ein T-Pack geht Muss ich mal Warten Wo sie es dann mal Ready Habt ihr So wie jetzt Wo sind die 80 Katelyn's Tod Ist natürlich schlecht Oh jetzt kommen sie mit Der hier hat schon 6 Kills So oder nie Main Soll ich mich nicht so direkt Können andere Nutzung machen Nur gut wie gar nichts Ja Was soll ich dazu sagen Freunde Ich stehe 0-3-1 Begieße mich hier auch nicht mehr rum Klasse Alle Lastsitz hier versaut Ich weiß jetzt nicht ob die Barrel machen wollen Das finde ich Was jawohl Ich kann es sagen 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 Nice Ich kann es sagen ou bütün еb Oh, unser Blase sieht er gerade eingerammt, gerammt. Tja. Oh Gott. Der Yi hat uns mal ganz schön hier die Basis auseinander gepflückt. Die Annie ist auch ganz gut gefeedert. Ja, natürlich ganz nett, Crit. Oh, jetzt wollen sie Vicky aufgeben. Jetzt hole ich mir ja jetzt noch hier den Lernstaat. Ja, ich glaube, ich gebe auf hier, Freunde. Das sieht hier nach, äh, nach keinem Sieg mehr aus. Ja, das, äh, das war's. Ähm. Ähm, ich würde euch dazu sagen, wir waren nicht relativ gut. Wir waren sogar relativ schlecht und, ähm, ja. Ja, ich war auch nicht besonders gut, aber so ist das nun mal. Wenn man nicht spielt, ich glaube, jetzt seht ihr wieder einen schwarzen Bildschirm. Ähm, es hat mir trotzdem, äh, hat es mich gefreut, dass ihr zugesehen habt. Wenn ihr bis jetzt geguckt habt, dann, ähm, gebt mir einen Daumen hoch dafür. Ich glaube, das hat das, das hat das wohl verdient. Oh Mann, ich bin eben hier heute ein bisschen verwirrt, ihr merkt es wahrscheinlich. Ähm, ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. In dem Sinne, bleibt sauber und bis dann. Ciao, ciao.